Hey Leute! Willkommen zurück zu einem ganz kurzen Ankündigungsvideo und zwar für den Livestream. Jetzt wundert ihr euch natürlich und sagt, warum jetzt schon die Livestream-Ankündigung? Ist doch erst heute Abend. Ich mache das ja sonst immer eine halbe Stunde vor Streaming beginnen, aber ich habe mir gedacht, komm machst du das mal ein bisschen früher. 14 Uhr, vielleicht kriegen das ja dann ein paar mehr Leute mit und können sich schon mal vorbereiten. Ich werde trotzdem aber heute Abend nochmal eine halbe Stunde bevor es losgeht, eine Livestream-Erinnerung hochladen. Also heute Abend um 20 Uhr wird wieder gelivestreamt. Freut euch drauf, Minecraft ist mit dabei, GTA wahrscheinlich, FIFA ist auch wieder mit dabei natürlich. Und ihr hoffentlich auch, bringt eure Freunde mit, sagt es euren Freunden weiter und dann sehen wir uns heute Abend um 20 Uhr wieder. Macht's gut, ciao!